Ich mache jetzt einfach das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Ganz spontan haben wir heute Morgen beschlossen, dass wir Gleitschirmfliegen gehen. Und ich habe es einfach wirklich durchgezogen. Der Start war ein bisschen chaotisch. Ich hatte einfach so Angst, da runter zu rennen, aber ich habe es einfach gemacht. Und das Gefühl danach war einfach unglaublich. Ich hatte das Gefühl, ich würde fliegen wie ein Vogel. Ich habe mich einfach so frei und leicht gefühlt. Es war wunderschön. Ich bin so froh, dass ich es überhaupt gemacht habe. Denn Alex hat mich gechallengt, es zu machen. Und erst habe ich gesagt, nein, lass nicht machen. Stimmt mal in meiner Story ab, ob ich ihn auch challengen soll, dass er es machen muss. Aber ihr müsst wissen, Alex hatte Höhenangst. Also für ihn wäre es viel schlimmer. Ich meine, ich war sogar nervös. Wenn ihr schon mal die Landung sehen wollt, die ist schon in meiner Story. Das war wirklich auch eine kleine Katastrophe.